Hier oben gibt es nichts zu sehen, dann gehen wir doch einfach mal rumtoppen. Okay, sieht so aus, als wäre das Rätsels Lösung auf der anderen Seite eines Portals. Aber, da sie ja Obsidia wollten in der Lösegeldforderung, habe ich genau das hier mitgebracht. 24 Stück und die restlichen Obsidia lassen wir hier drin. Und dann suchen wir einen Weg ins Nether. Ich denke, wenn wir das Portal da oben desablen und hier unten ein neues, ein zweites aufbauen, dann kommen wir dahin, wo wir wollen. Und da sind wir mit mehr Signage. Die wollen einen wilder Skeleton Head. Und dann mehr Koordinaten. Nun gut, nun gut. Was machen wir hier?